Was geht ab YouTube? Mein Name ist Jakob Mopouya. Heute möchte ich drei Tipps dazu geben, was Frauen an Männern begehren. Deswegen würde ich mal sagen, fangen wir direkt mit dem Video an. Tipp Nummer 1. Fokus. Eine Frau begehrt einen fokussierten Mann. Wenn du in deinem Leben Fokus hast, wirst du als Mann vorankommen. Und wenn du als Mann vorankommst, wird deine ganze Familie vorankommen. Deswegen kann eine Frau dir vertrauen und sich fallen lassen, denn sie spürt die Sicherheit, sie spürt die Stabilität. Du musst bedenken, eine Frau wird neun Monate schwammeln und ist dabei, ein neues Leben auf die Welt zu bringen. Da braucht sie einfach Stabilität und Sicherheit von dem Mann. So ist sie von Natur aus gemacht. Frauen begehrt diese zwei Typen an Mann. Typ Nummer 1. Der gestandene Mann, der sein Königreich schon aufgebaut hat und trotzdem im Leben vorankommen möchte. Typ Nummer 2. Ein Mann mit Potenzial. Ein Mann, der seiner Vision nachgeht und noch am Grinding ist. Solche Männer sind die besten Männer im Markt und die sind schnell aus dem Markt auf wieder weg. Das sind Hard Value Men. Nein, deswegen wird eine Frau dich bei deiner Vision unterstützen, denn sie möchte für Zukunft einen garantierten Schlüssel haben zu deinem Königreich. Typ Nummer 3. Kannst du dir ja vorstellen, ein Low Value Man. Ein Mann, der nichts aus deinem Leben macht. Frauen lieben es, Männer zu beobachten, wenn sie in ihren Tarn erwischen sind und fokussiert an ihren Projekten arbeiten. Denn in diesem Moment wird sich die Frau Kopf machen und sich denken, was du so denkst, was du so machst, woran du arbeitest, an welchem Projekt du arbeitest. Sie wird diese Schönheit genießen. Sie wird einfach sehen, wie schön es ist, wenn ein Mann fokussiert ist und eine Tonne wischend ist. Denn in diesem Moment lässt du dich nicht von einer Frau, von ihrer Schönheit, von ihrer Präsenz ablenken. Und Frauen lieben es. They love it. Wow, you're more. Deswegen Tipp Nummer 1. Was Frauen an Männer begehrt, Fokus. Tipp Nummer 2. Was eine Frau an einen Mann begehrt, ist deine Physik. Du musst an deiner Physik arbeiten. Du musst dich wie Arnold Schwarzenegger, The Rock oder wie ich auch sehen, aber du musst an deiner Physik arbeiten. Eine Frau möchte sehen, dass sie an deiner Physik arbeitest, um wie ein Spartan auszusehen. Halt. Wenn du an deiner Physik arbeitest, wird sich eine Frau viel hingezogen, wozu die viele und sie wird dich auch ganz anders streichen, wenn sie an deiner Brust ist. Oder vor allem deine Sixpack. Komm, man. Ganz different. Ja, deswegen ab, es ist ja wohl arbeit in deiner Physik. Und an meine ungeimpften Männer und Frauen nur draußen. No excuses. Du musst weiterhin in shape bleiben. Mach Push-Ups zu Hause. Ja, Crunches. Geh rauslaufen. Schattenboxen. Okay? Wenn du die Möglichkeit dazu hast, mach dir zu Hause einen kleinen Gym mit Gewichten. Okay? Stay motivated. Deswegen Tipp Nummer 2. Was Frauen an Männer begehrt, ist deine Physik. Tipp Nummer 3. Was eine Frau an einen Mann begehrt, act like a gentleman. Behalt eine Frau wie eine Lady. Halte die Tür auf. Wenn die beiden ins Auto ansteigen, mache die Tür auf. Beschenke sie mal. Ja? Beschenke sie mal, ohne dass sie es kommen sieht. Mache Komplimente. Sei kreativ dabei. Mache aber auch nicht zu viele Komplimente. Denn du wirst sie auch nicht in den Pedestory heben und sie vergettern. Halte. Frauen lieben es, wenn sie sich 3, 4, 5 Stunden fertig machen. Und von dem Mann, den sie lieben, hören, dass sie crispy aussieht. Ja? Dass sie zum Anbeißen aussieht. Und du wirst sie dann sagen, so ey, ich möchte, dass sie nach dem Event langsam von dem Kleid aussieht. Ihren Outfit. Weil es hier ein Point ist. Wenn ihr beide am Tisch sitzt, dann schenke das Getränk zuerst ein. Eine Frau wird dir immer sagen, was sie an Keinigkeit an dir schätzt, die du getan hast. Der schwierige Part ist es, diese Angewohnheiten beizubehalten. Du musst konstant bleiben und es so eine Gewohnheit zu dir machen. Frauen werden das auch immer und immer wieder mehr zu erschätzen, wenn du diese Kleinigkeiten machst. Deswegen Tipp Nummer 3, was Frauen an Männer begehren, act like a gentleman. Das waren 3 Tipps, was Frauen an Männer begehren. Tipp Nummer 1, stay focused. Ja? Du musst fokussiert bleiben. Stay in your mind, stay in your mission. Tipp Nummer 2, stay in shape. Du musst weiter in shape bleiben. Ja? Dein Körper muss ein Point sein. Tipp Nummer 3, act like a gentleman. Behandle eine Frau wie eine Lady. Und glaub mir eins, wenn du das konstant hält, wird eine Frau dich auch dafür belohnen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann like das Video. Tipp Nummer 3, kommentiert das Video, folgt mir auf Instagram. Mein Name ist Yakimo Pouya. Das ist der nächste Video. Es ist Zeit, zu Level Up.